Ja, wir reden mal mit ihnen, und zwar in diesem Part. Uns werden die Augen verbunden, wie fies. Wow. Das sind die Mädchen. Das ist nicht so, dass ich eine gute Sache im Urgenten habe. Das ist die Geräusche, der die Annie errichtet hat. Sunshine! Sparkle! Annie Nitz hat der Geist. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Ja, 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 ja! Was request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know, I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. Alright, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture. Then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood. And you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be. And see if Monica tries to hit on you at all. Because that way, we can see if Monica is a manipulative bitch. Right! Do this task for us and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Was? Was das? You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's long distance boyfriend. But their job is done. Come see me. Okay! What if they ask you to do? Remember, we need their help. So, I'll play. Dann spiele ich mal den... 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 den Freund. Neue Nachricht von Cartman. Saftsack, achte darauf alle Läuse los zu werden, bevor du zum Castell Cooper zurückkehrst. Was, ein Penner? Äh, ja, vielleicht soll ich vorher gucken, wo wir hin sollen. Hm, zum Spielplatz. Okay. So, Spielplatz. Dann einmal rüber. Die Gin-Pokémon. Menno. Ah, ich muss unbedingt wieder in dieses scheiß Ufo rein. Ich hoffe, das geht noch. So. Hier soll ich mit... Oh, hi. Du musst Mike sein. So, willst du über Bebe, oder? Well, schau. Bebe ist mein Freund. Ich denke, sie ist wirklich groß. Ich weiß nicht, ob sie das Ende-All-Be-All-Be-All-Gerchen ist. Ich denke, sie ist ein bisschen Too-Faced, wenn ich mich. Aber hey, ich bin ein bisschen von deinem Facebook-Familien. Und ich denke, du bist ein sehr interessanter Typ. Aha! Wir knew es! Du Too-Faced manipulative wörter! Was der Herr? Danke Gott, wir senden die neue Kindheit zu spüren auf dich. Huh, girls? Ja, jetzt wir wissen, du bist ein Too-Faced-Bich. Was du meinst? Du bist mein Best Freund. Dann, warum hast du auf meinen Facebook-Familien gebetet? Wir haben jemanden anderes gebracht, der interessiert ist. Monica, was du da machst? Uh-oh. Hey, Jake. Hab Spaß, You Too-Faced-Gank. Guys, warte, bitte! Komm zurück! Was ist die große Idee, um meine Freundin zu spüren? Nichts zu sagen, oder? Vielleicht verstehst du das? Haha! Wie gemein! Du spüren mit mir? Du spüren mit Mutter Natur! Jawohl, geil! Mach ihn platt! Äh, wir probieren jetzt mal die Armblust aus. Gehen wir wieder? Nein? Boah! Hat auch ordentlich was drin. Komm schon, wir haben das! So, jetzt versauen wir mal hoffentlich das Ding nicht. Pfeilregen. Bereit? Schau! Feuer! Woa! Space und Time sind keine Boundaries für uns. Awesome-Fähigkeit. Monika, Freundschaftsanfrage. 70 Stück und 9 Vorteile erhalten. Hey, tut mir leid, dass Jake so ausgeflippt ist, aber ich wäre trotzdem gern mit dir befreundet. Ich weiß nicht, was die mit ihrer... Also, weiß auch nicht. Die haben Probleme. Wir haben noch was Neues bekommen. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, starte einen Gegengriff mit deinem Arsch. Äh, tut er, wirkt zusätzlich Schaden. Ja, das brauchen wir nicht. Was nehmen wir denn? Hm. Die mit ihrem magischen Angriff. Nehmen wir halt das mit dem Kaugummi-Träter. Ahoy, Mip! Fullbeard! So, jetzt besteht die Quest darin, wieder zu Annie einfach zurückzukehren. Das war's schon. Einfach nur kurz uns da hingesetzt. Wie, wie er sich nicht schmerzt. Wie er sich nicht schmerzt. Einfach kurz hingesetzt und... ...damit war alles schon entschieden. Okay. Die haben eine seltsame Methodik. Egal. Brauchen wir uns nicht weiter drum zu kümmern. Hauptsache sie leisten uns Unterstützung im kommenden Kampf. Oh, dieses Huhn würde ich auch gerne mal sehen. Neu-Kid, wir wollen uns unterstützen, ob wir uns entscheiden, ob Monika war eine Two-Face-Bitch. Sie wirklich macht uns schmerzt. Aber es ist, sie könnte nicht sein, dass sie die Wahrnehmung von Allie-Nelson ging zu der Abortion-Klinik. Ja, so wir gemacht haben. Ihr seid die besten. Du siehst, die Sache ist, Heidi Turner war supposed zu put auf der Facebook-Page, dass du war Bebe's boyfriend war. Aber sie nicht. Weil Heidi Turner ist eine Two-Face-Bitch, die sagt sie mich, dann versucht sie mich in den Augen. Right. So, wir müssen wissen, ob Heidi Turner ist die Two-Face-Bitch, die zwei Sprengungen über Allie in der Abortion-Klinik spüren. Aber in order to do that, wir brauchen Menschen, um zu denken, dass du eine Mädchen bist. Makeover! Makeover! Nein! Oh Gott! Ist jetzt nicht euer Ernst? Okay, dann nehmen wir... Hm. Das... Oh nein! Ich tendiere... Okay, das ist mehr Sailor Moon Art, das ist... Ich tendiere zur Bitch. Oh, was für ein Lidschatten. Nee, warte, was ist das oben? Keine Ahnung. Ähm... Ähm... Hm... Das sieht man wahrscheinlich eh nicht. Nehmen wir... Das... Oh, verdammt. Zu wütend! Das ist zu sterben! Bist du sicher, dass du das nicht weißt? Du bist so bereit, als du nie bist. Ich glaube. Lass uns zur Klinik gehen. All right, New Kid. Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey, guys. Hey, Jessie! Hi, guys! Hey, Jessie! Hey, Jessie! What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome! Skank. Okay, now go in there and get to the records room. Find out if Jessie had an abortion. Is this girl look gonna be a forever thing for you? I'm sorry. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Yes, I'm staying out here. I'll be there. I'll be with you in spirit. Oh, Jesus! Benutzte Spritzen. Große Membran. Exzidents happens. Oh, wie bösartig. Ah, records rooms. HIV-Nadel. Fügt dreimal Bluten bei einem perfekten Angriff hinzu. Das ist eigentlich geil. Bringt uns was. Mini-Tampon. Mini-Kondome. Giftgranate als neues. Als neue Waffe. Operation Room A. Ne, wir wollen erst einen Wacker zu. Verkleide dich als Arzt. Dafür muss ich den Arzt wahrscheinlich erstmal ein paar über dir rüberhauen. Auf zum Operations Raum A. Hi, ich bin Dr. Poonlubber. Geh auf in den Schrauben und es wird nicht lange dauern. Hey, ein bisschen jung, um eine Abortion zu haben, nicht wahr? Es ist okay. Wir haben ein Booster-Saat. Ähm. Okay, sitz zurück und relax. Wir werden dir das verdammt rausgenommen. Hier geht's. Was die... Wow, ich hab das nie gesehen vorher. Du hast das Vakuum ausgerüstet. Ich muss das Ding fixieren. Bleib zurück in einem Moment. Mundschutz. Uh, da haben wir ein Bild der inneren, äh, fraulichen Geschlechtsorgane. Pfff. Oh Mann. Ich muss hier weg. Ganz schnell. So. Wo haben wir es denn? Chirurgenkleidung. Da, 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 da. Wo ist es dann? Wo ist es dann? Wo ist es dann? Da. Chirurgenhaube. Du erhältst Abwehr erhöht, wenn du gegen einen Fötus... Alter. Du erhältst wiedergeb... Aaaaah. Das ist übel. Also ich muss gestehen, es ist ein bisschen zu viel mit dem Fötus gerade. Und wenn wir jetzt gegen Fötus kämpfen müssen... Ach, das ist fies. Das ist gemein. Das ist übel. Die Satire ist hier ein bisschen zu stark ausgebreitet. Access granted. Danke, Doktor. 2013. Ah! Ah, verdammt! Oh, es ist dich! Danke Gott! Es ist etwas strange, was hier passiert ist. Die PTA hat das Tape gemacht. Die Taco Bell hat ein Plan B. Sie sind hier zu schauen. Aber warum würden sie interessiert in den Gynäcologicalen Files der Frauen von South Park? Ich glaube, Sie wissen jetzt sehr viel. Wir haben zwei weitere Fragen zu stellen. Deal mit ihnen quietly. Wir können nicht jemanden wissen, was wir da waren. Before Sie killen uns, erzählen uns warum. Warum ist Taco Bellen die Frauen von Frauen in South Park? Ich habe ein paar Worte auf den US-K. Sie sagen uns, was haben die Frauen-Vaginas und Doritos-Locos-Tacos in common? Die US-K ist verrückt. Oh, shit! Es gibt eine Ausbreite hier! Wir haben eine Contamination in Sektor 7. Alle Unen in Sektor 7, jetzt! Secure das gesamte Gebäude. Put die Frau in Gefängnis. Was ist passiert? A Taco Bell Security. Ihre Klinik ist infected mit einer Nazi-Zombie-Virus. Nazi-Zombie. Das ist verrückt. Und bittet. Ich bin deutsch. Er ist einer von ihnen! Oh! Ah! Tell den Leuten, was du hier heute gesehen hast! Let's go! Quarantin den Platz! Ah, wie übel! Alles klar, ich werde dich rächen, Junge. Auf jeden, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich möchte nicht nochmal ein G-Pokémon verpassen. Gucken, gucken, gucken. Ja, ich glaube, da ist nix mehr. Es ist etwas, das unter dem Boden schrauben, Sir! Haha, Nazi! Warum? Ah! Warum? Atmen kann! Verfahren in die Paare! Es würde ein Triebe! Sie leben! Hey! Open fire! Hahahaha! Awesome! Wir können die Kerle ein bisschen locken. Und da ist ein Fötus. Ah, das ist doch nicht. Wo sind sie denn? Verfahren in die Paare! An jedem Tag! Ah, wie übel! Ah! Nee! Komm, Leute! Das war jetzt echt zu viel! Die, die, die! Ich habe sie! Oh! Warum habe ich das gemacht? Oh-oh! Fuß, roh, furz! Oh-oh! Äh, Mr. Marsch! Draht, irgendwas? Was? Ich gucke mich erst ein bisschen um. Oh, ist das mies. Jetzt liegt das da rum. Ah, mies. Was! Oh, was�! Oh, w-w-w-w-w-w... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w?! I-I'm just here for an operation! Ha-ha! Oh, there you are, Doctor! I'm ready when you are! Is this going to hurt, Doctor? Tee-hee! There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. we'll see if you're a real doctor give her an abortion do it oh god oh goodness ah okay oh my balls my balls my balls my favorite shopping malls I'll close at 5 doctor can we please get this over with quickly and it happens once a year it's one year at Christmas time oh that's cold, that's cold oh this is about as wide as I can cave doctor is that blood I told you that thing isn't a doctor fry it oh fuck okay okay man muss also darauf achten was er gesagt hat ha 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 das ist so eklig komm noch einmal nobody move oh what's going on I'm just here for an christmas time is once a year every critter holds it dear phew ow my balls my balls my balls my balls oh 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 that's cold, that's cold und öffnen this is about as wide as I can cave doctor ich mach doch gar nix ich mach doch gar nix I told you that thing isn't a doctor fry it alter alter wie fies is'n das ich hab doch nix mehr gemacht wie soll ich's denn dann abbrechen, bitte ihr knitsche hey frech ist das mother ah, Mist vergeigt phew ow my balls my balls so, jetzt nochmal drehe, um reines Anos zu weiten oh, that's cold, that's cold and it happens once a year this is about as wide as I can cave doctor so, abbrechen abbrechen is that blood? aah I told you that thing isn't a doctor fry it da krieg ich doch brechreiz ich probier das jetzt nochmal, Leute sorry, aber irgendwie es nimmt entweder ist der Drucker jetzt so langsam echt im Arsch weil er generell ab und zu was nicht nimmt oder kotzt mich jetzt an bis im nächsten Part bis dann, Leute